Also, ab jetzt möchte ich zweimal die Woche Sport-Krafttraining machen, zweimal die Woche Joggen, zweimal bei jedem Essen Gemüse als Beilage, dann bis Ostern keine Süßigkeiten Und dann muss ich noch das Arbeitszimmer aufräumen und die Küche streichen Oh Mann, wenn ich mir meine Liste so anschaue mit den Vorsätzen fürs neue Jahr, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf Nach Spaß klingt das nämlich nicht gerade, eher nach einer Art Arbeitsliste, einer Menge Arbeit Und auch ein bisschen so wie die Liste, die meine Mama uns früher immer geschrieben hat Mit unseren Tagespflichten im Haushalt Johannes, heute nach der Schule bitte die Spülmaschine ausräumen, den Müll rausbringen und die Wäsche aufhängen Na, die fand ich als Kind schon super, die Listen Und da frage ich mich, wieso wir uns dann als Erwachsene auch noch mit solchen blöden Listen quälen Okay, da stehen zwar fast nur gesunde Sachen drauf, ja Aber wenn man es so formuliert, ich weiß ja nicht Also irgendwie, vielleicht sollten wir zum Jahresstart mal mit einer positiveren Liste anfangen Mit einer Liste, auf der nur coole Sachen stehen Das finde ich, das ist doch super So, wir nehmen die mal weg hier Das ist die Liste, die keine gute Laune macht Stattdessen schreiben wir jetzt mal eine richtig coole Bucketlist für 2023 Den Begriff Bucketlist hast du vielleicht schon mal gehört Das Wort hat sich angeblich aus dem Englischen Kick the Bucket entwickelt Das heißt übersetzt so viel wie den Löffel abgeben Wir sprechen bei einer Bucketlist also eigentlich von einer Liste mit all den Dingen, die man noch tun möchte, bevor man den Löffel abgibt Also bevor man stirbt Da stehen dann meistens auch die ganz großen Lebensträume drauf Wie zum Beispiel die große Liebe heiraten, eine Weltreise machen, einmal im Leben auf die Malediven fliegen, die Pyramiden sehen Bungee Jumping, Paradlining, Tauchen oder Surfen lernen Sowas in der Art Und genau sowas erstellen wir heute auch Und zwar für das komplette kommende Jahr Oder wenn du magst, auch nur für die nächsten sechs Monate So, nun wirst du dich wahrscheinlich gerade fragen, ob ich vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig geworden bin Das kann man doch unmöglich alles in einem Jahr reinquetschen, geschweige denn finanzieren Keine Sorge Das weiß ich natürlich Wir erstellen darum auch eine etwas bodenständigere Bucketlist Und zwar mit lauter Aktivitäten, die wir schon immer mal machen wollten Die wir aber in unserer unmittelbaren Umgebung auch umsetzen können Also, da kommen nicht die Pyramiden in Ägypten drauf Sondern der Besuch im Kunstmuseum, in das du schon seit Jahren gehen möchtest Oder das neue Restaurant, das bei dir um die Ecke aufgemacht hat Oder der Klettergarten, in den du schon immer mal gehen und klettern wolltest Oder der Schnupperkurs im Boxstudio, zu dem du dich schon ewig anmelden möchtest Oder du probierst mal eine App oder einen der vielen Onlinekurse aus, die die Technikerkrankenkasse im Angebot hat Zum Beispiel den Onlinekurs Achtsamkeit und Meditation Den habe ich auch schon gemacht, der ist super Wichtig ist, dass es alles Sachen sind, die du gerne machen möchtest Oder gerne mal machen würdest Und am besten sind Aktivitäten, die du noch nie gemacht hast Du kannst aber natürlich auch Sachen einplanen, die du lange nicht mehr gemacht hast Zum Beispiel Schlittschuhlaufen Hauptsache sind Dinge, auf die du richtig Lust hast Die so richtig deine Vorfreude beflügeln Und bevor du fragst, ja, da dürfen selbstverständlich auch Treffen mit Freundinnen und Freunden drauf Ein Wochenendtrip mit deiner besten Freundin Ein Mini-Urlaub an der Ostsee Oder ein gemeinsamer Ausflug zum See Oder in einem Park, in dem du noch nicht warst Alles, was dein Herz begehrt, wie man so schön sagt Und alle Ideen, die du hast, schreibst du hier auf einen Zettel Und zwar am besten 52 Ideen Wieso 52? Na, ja richtig Weil es ja 52 Wochen hat Und weil wir im Anschluss Also wenn deine Liste vollständig ist Alle 52 Ideen einplanen wollen Ja genau, am besten Direkt hier in deinen Kalender Den du auch für alle anderen Sachen nutzt Oder Wandkalender, wie auch immer Hauptsache ist im Kalender eingetragen Dann kannst du dir natürlich auch erstmal zwölf Aktivitäten aussuchen Und planst die nächsten zwölf Wochen Das kannst du alles so entscheiden, wie es für dich richtig ist Und wie es sich für dich richtig gut anfühlt Und weißt du, was du dann nämlich entwickelt hast? Richtig Statt der ollen Vorsätze Die sich eigentlich nur nach Arbeit, Stress und Verzicht anhören Hast du einen richtig coolen Kalender voller Vorfreude entwickelt Ja Und alles, was du dann noch machen musst Ist, dich an deine Termine zu halten Ja Termin ist es ja so Wenn sie erstmal im Kalender stehen Haben sie auch etwas Verbindliches Und ich garantiere dir Da es sich ja um lauter tolle Sachen handelt Hast du auch richtig Lust, die geplanten Auszeiten mit dir selbst einzuhalten Und ich habe noch einen guten Grund Ja, diese Idee noch heute in die Tat umzusetzen Es ist nämlich eine richtig tolle Chance, etwas zu verändern Eine Chance, deine alten, vielleicht festgefahrenen Strukturen zu verlassen Und mal einen ganz neuen Weg zu gehen Vielleicht sogar etwas Neues zu lernen Ja, und für dich zu entdecken Außerdem Kann es wahnsinnig inspirierend sein Neue Pläne zu schmieden Ja, und zwar, weil es dabei mal nur um dich und deine Wünsche geht Also, ich sage ja Und wir machen das ja mal zusammen Ran an die Bucketlist für 2023 Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage Ja, wohin soll die Reise gehen? Ja, was wünschst du dir für die kommenden Wochen und Monate? Welche Pläne möchtest du schmieden? Was möchtest du verändern? Was möchtest du ausprobieren? Und mit welchem Punkt geht es noch diese Woche los? Ja, ich werde es auch mal loslegen Und ich wünsche dir natürlich auch viel Spaß beim Planen und Überlegen Ach ja, und einen schnellen Tipp habe ich noch Wenn du Inspirationen suchst, kannst du auch mal in der Touristeninfo deiner Stadt vorbeischauen Oder im Internet Ich gebe in die Suchmaschine dann immer Begriffe ein wie Geheimtipps oder Insider-Tipps Und dann die entsprechende Stadt Also zum Beispiel Geheimtipps Hamburg Da kommen dann jede Menge Seiten, auf denen du recherchieren kannst Und Dinge dabei sind Wo du denkst Oh, oh, kann ich ja noch gar nicht Ja, klingt super So, also Mal überlegen Was wollte ich schon immer machen? Stand-Up Paddling Auf der Alster Na gut, erst im Sommer Dann Segelschnupperkurs Wo wir gerade schon im Sommer sind Ja Tretboot fahren Könnt ihr sammeln So Und dann, da hatten wir vorhin schon Museum In das Museum Das kann ich eigentlich direkt nächste Woche machen Und dann natürlich das Restaurant um die Ecke Tja, das gerade aufgemacht hat Das wollte ich auch nochmal rausfinden Und was habe ich denn noch? Dann ein schöner Spaziergang So Dann ein schöner Spaziergang